ja liebe wir lieben hombruch freunde wir melden uns heute hier von optik wienold an der harcourt straße 36 wie der name schon sagt augenoptik fachgeschäft regina schäfer und der peter wienold haben uns heute eingeladen weil sie ihr augen messraum heißt es so augen prüfraum renoviert haben neu ausgestattet haben neue geräte haben aber könnt ihr besser erzählen als ich ja wir haben einmal ein neues augen prüfgerät das ist eine weltneuheit der ist in ganz dortmund im ganzen ruhrgebiet der einzige der hat eine genauigkeit von ein hundertstel dioptrien das bedeutet für den kunden dass wir ihn noch besser aus korrigieren können und wir sind auch mit unserem glashersteller in der lage die gläser ganz genau bestimmen zu können vorteil davon ist dass keine gläser mehr vor dem auge gewechselt werden das passiert ohne dass der kunde das ganze merkt also man hat nicht immer dieses hoch runter rechts links besser so besser genau so und weiß hinterher gar nicht mehr was besser oder schlechter war sagen wir mal so natürlich muss der kunde immer noch die antworten geben ist ob class 1 oder 2 besser ist aber es geht schneller und es ist für den kunden angenehmer das ist eine angenehmer und präziser so ist das ja und das ist eine weltneuheit im gesamten ruhrgebiet kann man sagen zum jetzigen standpunkt das hat die firma esselor letztes jahr als weltneuheit auf der optischen messe in münchen präsentiert und wir sind wir haben das dritte gerät und fürs ruhrgebiet das erste das so aufgebaut ist schön dass wir das haben danke und ihr seid in der lage innerhalb von einem tag sind wir wir haben ein wir haben im einstärken bereich haben wir gläser an lager da sind wir sogar in einer stunde in der lage bei gleitsichtgläsern sind wir in der lage bis dass wir wenn ich ganz schnell gehen muss innerhalb von 36 stunden eine brille fertig zu bekommen aber in einer stunde ist ja nicht schlecht wenn ich in der zeit einrufen oder warten so ist so ist das ja oder aber weil wenn jemand natürlich einen bruch hat mit seiner brille die ist kaputt da können wir auch punktum bis zu einer stärke von sechs dioptrien sofort helfen das ist natürlich eigentlich grund gewesen warum man so etwas überhaupt die eigene wert statt hier und angelegter und dann haben wir noch eine neue maschine was ist das so sieht aus das ist ein refraktometer so nennt man das auch von der firma essilor wave analyzer bekannt gibt es seit 2014 wir haben jetzt seit 2019 ein neues gerät uns angeschafft aufgrund von genauigkeiten dieses gerät kann in anderthalb minuten sieben messungen machen wo man normalerweise für jede messung ein einzelnes gerät benötigen würde man hat hier nicht nur die stärkenmessung die man sofort spontan sieht ob der kunde ein sehfehler hat oder nicht wir können hier die hornhautradien bestimmen was für kontaktlinsen wichtig ist wir können sehen ob eine augenkrankheit vorliegt aufgrund von hornhautradien sowie den augeninnendruck messen der wichtig ist weil wir natürlich aufgrund dessen niemals eine diagnose stellen aber die empfehlung für den kunden zum augenarzt damit weitergeben können begründet weil wir ihm auffälligkeiten feststellen zum anderen hat man hier auch eine möglichkeit zu sehen ob die augenlinse das ist das was im inneren des auges ist ob das gesundheitlich gut aufgestellt ist ob eine trübung vorliegt auch da würde von unserer seite dann die empfehlung an den augenarzt weitergehen insofern ein gesamtheitsbild was jetzt nicht nur auf stärke bezieht sondern eben auch wo man sagen kann das auge ist gesundheitlich gut aufgestellt oder aber bei auffälligkeiten bitte den augenarzt aufsuchen also wirklich ein rundum service schöne neue räumlichkeiten angenehmer genauer und sogar auch noch mit gesundheitsaspekten das heißt wenn ich vielleicht den arztgang gescheut habe keine zeit habe keine lust habe wie auch immer dann könnt ihr sagen wäre vielleicht nicht schlecht schau mal beim arzt vorbei genau so ist doch ja ja dann empfehlen wir ein besuch hier bei optik wienort haquardstraße 36 wer keine optische brille braucht ihr habt auch schöne sonnenbrillen der sommer steht vor der türe oder sportbrillen lupen ja krips bei uns natürlich auch her schaut einfach mal vorbei haquardstraße 36 optik wienort danke für die einladung danke fürs kommen wir danken bis bald bis bald die Vielen Dank.